hey was geht ab youtube herzlich willkommen zu let's play gta online für den pc und ihr dürft freuen auf die kommenden gut sieben folgen wir haben ein bisschen spaß gemacht und es gibt dort einen neuen renn mod der angelehnt ist an den film speed das ganze sieht so aus es gibt zwei teams 2 gegen 2 und das angreiferteam muss versuchen den truck forever auto oder whatever zu stoppen beziehungsweise zu blockieren und wenn dieser die geschwindigkeit nicht halten kann beziehungsweise langsamer fährt als vorgeschrieben ist dann kommt ein counter und es kommt dann irgendwann zur explosion dann hat das gegner team gewonnen wiederum muss der der den laster fährt zu irgendeinem punkt kommen dann hat dieser gewonnen der andere fährt das beschützer auto kann natürlich versuchen die angreifer ein bisschen zu blockieren hin und her wir hatten richtig richtig viel spaß und aber ich will noch nicht lange auf die folter spannen ich wünsche euch ganz viel spaß in den kommenden sieben folgen gta online mit dem speed racer modus oder wie auch immer das genannt wird und ja auf geht's bleibt dran es wird wirklich lustig einladung hier einladung hier gibt es auch rennen wo jeder versuchen muss was für die ja da fährst du ein normales rennen ein auto rennen aber du darfst nicht langsam rennen als ein bestimmtes tempo jetzt kommt es nicht mehr zum nächsten mal ein ich bin ich bin ich bin das du das du bist du 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich So. Das war's für heute. worum geht es ja jetzt noch mal du fährst du musst du bestimmte geschwindigkeit also einer von uns ja zum zielpunkt der video karte gezeigt der kumpel neben der nebengefährte sind zwei oder drei oder so der versuch die anderen angreifer die mit autos kompressen den lkw zu haben abzuhalten denn was hältst du von h 1 1 1 absolut schlechte grafik also nicht kaufen erst mal nicht abwarten weil das ding wird der ehe zu play von daher warum sonst jetzt für ein beta status geld bezahlen ja alex will noch das ist die 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 Wer ist Angreifer? Achso, Felix und Demis sind Angreifer, die müssen sich zum Punkt greifen, die laufen mehr. Wer ist Angreifer? Wir wollen den Blut. Alter, was ist das denn für ein Ding, ey? Okay, okay, let's go to our next caller, she's really upset. Hi, I can't believe what I am hearing. Also, wir greifen an, ne? Ja, wir müssen uns um uns zusammen. Ja, wir greifen für nötig zwei Spieler. Dann muss er beitreten, muss auf Team beitreten gehen. Ja, einer muss noch hin dazu. Ey! Ja, super. Wer ist denn da wieder rüber gestwitcht? Ja, jetzt muss der das alleine schaffen, natürlich. Wie jetzt? Ja, wir müssen zwei gegen zwei. Ja, wie viel sind wir? Ja, einer ist jetzt das Teamgeback, so jetzt fahr ich hier rein, ne? Und das ist... Ich bin Verteidiger, du bist im Team Verteidiger. Die Leute fungst, du bist in so'n... Ja, ich muss jetzt versuchen, da den Raum zu erholen, das ist wahrscheinlich auch. Was ist das Piepen? Wer ist das vor mir? Alex, bist du das? Ja, ihr müsst mich rammen, ne? Boah, Alter! Hast du da noch gar keine... Alex muss... Alex muss... Ich bin der vier. Bei dieser Post... Unrecht zum Anzeigen, Prision und Geschwindigkeit hier. Ja, das ist irgendwie... Ihr müsst versuchen mich jetzt zu rammen, die Geschichten schnappen. Das sind nicht zu zielgellangen. Ja, Alex, musst du irgendwas abzuhalten. Los Felix, schnappen hier. Ja, ich... Der rote Pumpe auf der Karte. Ich bin schon... Ich geb Gas. Nicht Alex, man. Ja, kanns auch an Abzuhören. Ja, ich bin auch am Ziel. Das versuche ich ja irgendwie zum... Beschütze jeden Tag. Ja, ich... Da kommt schon einer. Oh, die Bucke, ey. Nein! Das war's schon. Das ist schwer. Hä? Alter... Wenn du irgendwo gegenfährst, das Ding ist so langsam an der Fahrt, der geht immer höher, der Ticker. Das ist nicht einfach. Oh, das ist ja auch gut. Ha! Ha! Ich glaube, zwei Runden haben wir gemacht. Ich glaube, ja. Ja, immer abgestimmt, ne? Nur weil ich dich jetzt gerammt habe, hab ich gewonnen, oder was? Nein! Florian hat doch diese Bombe da an Bord. Ja. Und unten hast du eine Anzeige. Speed, den du halten musst, der geht nur unten an einen Ticker. So eine Bombe. Wenn du irgendwo gegenfährst, dann geht das Ding so fort nach oben. Wenn du nicht zu schnell Gas geben kannst, dann muss es sofort weg. Das ist ja das Schwierige. Du musst halt gucken, dass du sauber fährst, nicht irgendeinem Gegenreist, weil das Ding fährt langsam an. Dann müssen Alex und ich das versuchen. Gegner-Modus. Hetzjagd. Ne, ich bin auch noch auf dem Teidiger. Ne, Alex. Jetzt müsst ihr angreifen. Jetzt muss ich mit dem Ding fahren. Ja, einfach, einfach sauber fahren. Schön sauber fahren und... Auf Geschwindigkeit achten. Boah, scheiße. Du musst zum gelben Punkt hin, ne? Wo steht denn meine Geschwindigkeit? Ich seh die gar nicht. Unten und rechts. Einfach Vollgas. Unten und rechts ist die Anzeige. Ja, hier links rein. Und das piept. Und wenn du langsam bist, dann das piept schneller. Ach so, ja, ja, jetzt okay. Und hier gleich auch mal geraten und dann Vollgas. Boah, scheiße Kisten. Und links. Boah, hier links. Wo du rechts? Mach schon rein weiter mal. Ja, aber wie gesagt, Danny muss dir helfen. Das ist ja, das nicht schaffen. Einer ist schon hinter uns. Seh ich schon da. Im Rundenpunkt. Mal reinkacheln da. Hey. Na sauber. Ach voll. Alter. Jawoll. Komm, fahr, fahr, fahr. Ja, ich komme nicht weg. Häm mich. Häm mich. Häm mich. Häm mich. Mach scheiße. Häm mich. Das ist doch ganz cool. Ja. Das wird gesehen. Häm. 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 Das Spiel ist auf jeden Fall sein Geld wert, ey. Jetzt darf ich das Ding fahren. Scheiße. Das ist ganz cool. Guck gleich unten, siehst du das jetzt schon. Oh Gott, oh Gott. Da musst du echt aufpassen. Ey, der fährt an mir rein. Nix. Ich bin es echt. Ach. Nicht das Auto den anderen. Ja. Das ist doch ein Mies-Uwein, ne, ich, äh... Alex, Fahrer, ich komm nie hinterher, hahaha... Jetzt schießen wir aufgehauen... Ja, eine Asche, ich hab's gefahren... Boah, ich hab mich gedreht, warum das denn? Hau'n weg! Hau'n weg! Hahaha! Scheiße! Hau'n weg! Dinger schlittert, das ist die letzten Kackerin... Oh, der Dinger! Alter, wie geil, wie geil! Hau'n weg! Warte, 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 warte! Ey, ich will ja gar nichts machen, ihr fangt ja so bescheuert! Oh nein, ich komm hier nicht ran! Ey, das sind doch Kackkisten, ey! Ich bin mir nur am Drehen, ich... Das gibt's doch nicht, Alter! Also von hinten ran, taugt nix! Ja, du musst nur von der Seite direkt drehen! Ungefährt, ungefährt, Alter! Komm, Fahr! Verpiss' ich! Oh, zah- Hahaha! Komm, Fahr! Komm, Fahr! Komm, Fahr! Komm, Fahr! Komm, Fahr! Jawoll! Hahaha! Warte, wie geil ist das denn, ey! Ey, das ist ja geil, ey! Ey, das ist ja geil, ey! Ja, mach Spaß! Da drängeln die mich beide ab! Das war richtig cool, dass ihr von beiden Seiten gedrückt habt! So konnte ich immer schön in der Mitte fahren! Ja! Dankeschön!